Liebe Wohnmobilfreundinnen und lieber Wohnmobilfreund, heute möchte ich euch mal einen Spiegel zeigen, der wo ausgeblichen ist und mit unserer Keramikversiegelung kann man da fast Magic machen und was zaubern. Ich möchte euch jetzt gerne was zeigen und wenn ihr auch so einen Spiegel haben möchtet, dann ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail. Dann nehme ich einfach so ein Wattepad, gehe mit unserer besonderen Keramikversiegelung für Kunststoff drüber, dann rufe ich den mal ganz nah mit der Kamera dran. So und jetzt mache ich einfach nur mal hier die Hälfte, dass man das wirklich mal schön sieht. Bleibt es schön langsam ein, dass es schön einwirken kann. Und dann sieht der Spiegel wieder fast wie neu aus. Wie gesagt, wenn ihr auch so einen Spiegel haben möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail oder ruft mich an. Und wenn euch der Video gefallen hat, dann macht einen Daumen nach oben und wenn er euch ganz gut gefallen hat, dann macht ein Abo. Ich freue mich, bis dahin, Kai Uwe.